Woche 7 Das Wunder der Identifikation Ich ist, womit man sich identifiziert. Wem oder was gibt man den Namen Ich? Das Ich dehnt sich aus auf Objekte dieser Welt. Ich bin zu diesem Gefühl geworden. Ich bin zu dieser Überzeugung geworden. Zu Geschichten und Selbstbildern. Dies nennt man dann den Vorhang der Identifikation. Gewohnheitsmäßig identifiziert man sich mit den Gedanken, Gefühlen, Emotionen und Wünschen, als ob man diese sei. Man denkt, das, was als Füllmaterial gerade auf der Leinwand des Geistes erscheint, stünde in Berührung mit einem selber. Leiden ist also die Fehlidentifizierung mit den Bewegungen des Geistes, während das wirkliche Selbst davon ganz unberührt bleibt. Ohne das Unterscheidungsvermögen zwischen der Seele, der ewigen Instanz, der eigentlichen Identität und dem Geist ist man im Labyrinth mentaler Welten vollkommen verloren. Ein Mensch der Welt meint mit meinem Willen, meiner Meinung, meinen Vorstellungen, meinen Gefühlen oder meine Welt nicht das unvergängliche Selbst, sondern nur das angenommene Rollenverhalten des Geistes. Die Verschmelzung zwischen dem Wahrnehmenden mit dem Wahrgenommenen wird Identifikation genannt. Das ist Leiden. Denn Identifikation mit Nicht-Eigenem geht immer mit einem Bewusstseinsverlust einher. Die Last dieses falschen Ich-Gefühls haben wir uns selbst aufgebürdet. Es wiegt schwer, denn es hat die Eindrücke von tausenden von Leben auf dem Buckel. Es ist nicht nur 40 Jahre alt, auch nicht 500. Die eigene Geschichte verarbeitet eine rekonstruierte Vergangenheit, eine gefärbte Gegenwart und eine erhoffte Zukunft in einem geglaubten Mythos. Wir sind gleichzeitig der Autor dieser Geschichte, als auch ihr Hauptdarsteller. Je mehr man an die eigene Geschichte glaubt, desto mehr wird man ihr Gefangener. Ohne sie zu hinterfragen, wird sie internalisiert und man wird zu ihr. Man hat die Mauern seinen eigenen Beschränkungen errichtet. Wir tragen diese Geschichte überall hin, wo wir hingehen. Und durch sie entfaltet sich unser Leben. Derjenige, der Identität außerhalb dieser Einschränkung vergisst, wird in den heiligen Texten in Klammer Bhagavatam 11.20.17 Man lebt ein kleinliches, ängstliches Leben und lebt an allen Möglichkeiten, welche die menschliche Lebensform bieten würde, einfach vorbei. Diese Übertragung des Identitätsgefühls auf sich verändernde Phänomene bedarf genauester Betrachtung. Es ist keine Freiheit, sich mit der Enge der körperlichen Welt zu identifizieren. Es liegt auch keine Freiheit inne in der Gleichsetzung seiner Selbst mit erhabenen, edlen Gefühlen oder geistigem Wissen. Das ist dann vielleicht Vollstopfung, aber nicht Selbstschau. Der nahende Tod und die Vergänglichkeit sind das drohende Damoklesschwert über jeder angenommenen Identifizierung. Diese Beengungen haben ihre Wucht erst erhalten durch die Dunkelheit, der Vergessenheit, der eigenen Beziehung zu Radhe-Shyam. Die Folge von Identifizierung außerhalb der Seele ist immer minder wert. Daraus folgt der Versuch der eigenen Selbstlegitimierung und der eigenen Wertsteigerung durch das Prinzip des Tätigseins. Der Eigenwille versucht sich Macht und Einfluss zu schaffen. Durch die vermeintliche Stärke, die momentane Souveränität über die Umstände zu erlangen, hofft man, dass das Ich zu einem Fels in der Brandung würde und so zumindest eine Existenzbegründung hätte. Doch diese Haltung des Kompensierens, des mangelnden Selbstwertes anhand von Geschaffenem, das man anderen zeigen kann, führt zu einer gewaltigen Schwächung, weil sie Gewichte trägt, die gar nicht getragen werden müssten. Im Abbau dieses Kompensierungsversuches existiert mehr Lebendigkeit als in aller Machtergreifung. Eine tonnenschwere Last darf durch genaues Beobachten von einem wegfallen. Man sieht, wie eine riesige Tsunamiwelle auf einen hinzustürmt. Die Angst, darin zu ertrinken, wird grenzenlos. Sie kommt nun unendlich nah und scheint einen zu verschlingen. Man hält die Intensität des stillen Beobachtens manchmal fast nicht mehr aus und denkt, jetzt muss ich doch etwas tun, jetzt muss ich eingreifen. Nein, eben nicht. Das innerste Vertrauen weiß, dass gerade jetzt der Raum der Unberührtheit gewahrt werden darf. Die Angst scheint einen vollständig zum Spülen und zum Fangen. Man scheint zu versinken und unterzugehen und zu ersticken. Man bleibt still. Genau darin liegt die Entdeckung, dass der dreidimensionale Film immer noch auf eine Leinwand projiziert wird. Auf die Leinwand des Geistes. Man ließ alles ganz nahe kommen, ohne jegliche innere Abwehr. Nicht aus stumpfer Gleichgültigkeit heraus, sondern weil man spürte, sich nun tiefer fallen lassen zu dürfen. Nun sieht man ganz klar, dass man in seiner eigentlichen Identität nicht einen Kratzer davontragen konnte, obwohl die Befürchtungen der Oberfläche das schlimmste Szenario ausmalten. Nun darf man es erfahren, weil man den Mut hatte, in dieser Beobachtung zu verweilen und einfach nur still beizuwohnen.